Absolut unnachvollziehbar. Obwohl wir bei den Bitcoin-Spot-ETFs einen Zufluss von über 1,5 Milliarden US-Dollar in den letzten drei Tagen gesehen haben, hat der Bitcoin-Preis noch nicht einmal ein neues Allzeithoch erreicht. Was ist da los? Warum haben diese Zuflüsse an der Wall Street so wenig Einfluss auf den Bitcoin-Preis? Die Bitcoin-God-Candle, die wird kommen und heute zeige ich euch, warum das so ist. Jo, mit dem ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Es scheint wirklich, als wäre Bitcoin immer noch gefangen in der Range knapp über 70.000 US-Dollar. Wir haben zwar die 70.000 US-Dollar-Marke wieder geknackt, aber wenn wir uns das Ganze genau anschauen, sehen wir, dass wir immer noch ca. 3,5% vom Allzeithoch entfernt sind. Und das, obwohl die Nachfrage an der Wall Street absolut immens ist. Wir haben bei BlackRock mittlerweile einen Bitcoin-Stack akkumuliert von über 300.000 Bitcoin. Klar, wir sehen immer noch Abverkäufe beim Grayscale Bitcoin Trust, welche teils natürlich auch umgeschichtet werden zu BlackRock, zu Fidelity und zu den anderen großen. Aber es ist schon sehr fragwürdig, warum das diese großen Zuflüsse nicht reichen, um den Bitcoin-Preis stärker zu bewegen. Schauen wir uns nochmal kurz die Daten an. Wir haben gestern alleine am 6. Juni einen Zufluss gesehen von über 200 Millionen, dann am 5. Juni von knapp 500 Millionen, hier am 4. Juni fast 900 Millionen und auch am 3. Juni waren es über 100 Millionen US-Dollar. Über die letzten drei Tage alleine 1,5 Milliarden US-Dollar. Und wenn wir uns die Preis-Performance von Bitcoin anschauen über die letzten drei Tage, naja, das ist eigentlich nur das Kleine hier, was wir sehen. Und das ist nicht wirklich massiv. Also irgendetwas kann doch hier einfach nicht stimmen. Bevor wir jetzt aber zu der Auflösung kommen, möchte ich euch nochmal etwas zeigen. Und das soll einfach wirklich zum Denken anregen, über wie viel Geld, das wir hier sprechen. Kennt ihr die Leute da draußen, die bei Bitcoin immer noch von Magic Internet Money sprechen? Und das Ganze hat doch eh keinen Wert und das Ganze ist eh nur ein Schneeballsystem. Und das ist nur ein schneller Hype und der geht wieder weg. Hey, wir sprechen hier an der Wall Street mittlerweile von sage und schreibe einem Total von fast 900.000 akkumulierten Bitcoin. Wenn ich diese Zahl jetzt, also alle Bitcoins, die bei den Bitcoin Spot ETFs in Custody sind, mit dem aktuellen Preis multipliziere von ungefähr 71.000 US-Dollar, dann sind wir bei über 60 Milliarden US-Dollar, irgendwo im Bereich 62, 63 Milliarden US-Dollar, die in Bitcoin investiert sind, nur über die Wall Street, nur über die Bitcoin Spot ETFs. Und wer da draußen jetzt denkt, naja, aber über 60 Milliarden US-Dollar, das ist doch gar nicht so viel, dann schaut euch mal folgendes Beispiel an. Wenn wir diese Summe nämlich mit uns bekannten Firmen vergleichen, dann sind wir hier im Bereich BMW mit 63 Milliarden US-Dollar. Oder wir sind sogar im Bereich Coinbase mit ebenfalls 63 Milliarden US-Dollar. Oder Spotify, ebenfalls in dem Bereich so viel Geld, wie diese Firmen Wert haben, sind aktuell über die Wall Street bei den Bitcoin Spot ETFs eingeloggt. Und noch einmal, diese Bitcoins, die existieren, da findet kein Fractional Reserve Banking statt. Diese Bitcoins, die existieren, knapp 900.000 Bitcoins von maximal 21 Millionen Bitcoins. Und jetzt kommen wir langsam zum Punkt und es wird wirklich spannend. Ich denke, die meisten von euch werden es mitbekommen haben, dass die Zuflüsse bei den Bitcoin Spot ETFs seit Januar, seit der Einführung, sehr stark gestartet sind. Wir haben wirklich einen massiven Anstieg gesehen, aber seit ungefähr Mitte März sehen wir so ein bisschen ein Plateau und die Zuflüsse, die sind eigentlich mehr oder weniger verschwunden. Also netto gesehen war es eigentlich fast ein Nullsummenspiel. Aber, was wir jetzt beobachten konnten, ist, dass so circa seit Mitte Mai das Ganze wieder Fahrt aufgenommen hat und eben gerade in den letzten Tagen haben wir wirklich massive Zuflüsse gesehen. Und jetzt stellt sich die Frage, mit was korreliert das denn? Und warum steigt der Bitcoin-Preis nicht? Ich habe mir heute intensiv Gedanken darüber gemacht und bin auf folgenden Schluss gekommen. Was natürlich ganz klar ist, ist, dass diese Bitcoins, OTC, also Over-the-Counter, gekauft werden müssen oder gekauft wurden, weil ansonsten hätten wir die Preisbewegung nach oben gesehen. Over-the-Counter bedeutet, dass BlackRock mit irgendeiner Organisation oder auch Privatperson irgendein Abkommen hat, eine gewisse Anzahl an Bitcoins, ohne dass das über die regulären Märkte läuft, zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Natürlich profitiert der Bitcoin-Preis in dem Moment nicht. Der Preis wird jetzt nicht bei 30.000 Dollar liegen, aber vielleicht liegt der Preis bei 65.000 US-Dollar. Natürlich wird auch der OTC-Preis teurer, wenn der Marktpreis, der reguläre Marktpreis bei Bitcoin teurer wird. Denn irgendein Verkäufer hätte kein Interesse, seine Bitcoins für 30.000 abzugeben, wenn er bei Coinbase 70.000 dafür kriegt, ist natürlich ganz klar. Wenn dieser Spread aber relativ klein ist, kann es schon sein, dass ein Verkäufer seine 1.000 Bitcoins oder 5.000 Bitcoins einfach schnell loswerden möchte und dann den Preis von BlackRock kriegt, ohne von Slippage betroffen zu sein. Also wenn er die 5.000 Bitcoins auf Coinbase einfach verkaufen würde, dann würde er natürlich selbst auch den Preis runterziehen und hätte dann vielleicht overall sogar einen tieferen Preis. Also auf jeden Fall muss ganz klar gegeben sein oder ist ganz klar gegeben, dass diese Bitcoins OTC gekauft werden. Ansonsten würde der Bitcoin-Preis stärker profitieren. Und jetzt kommt die große Frage, von wem kauft den BlackRock bitte aktuell so viele Bitcoins? Wer gibt diese Bitcoins ab? Und ich habe die Lösung gefunden. Es ist ganz einfach und war auch schon ein bisschen zu erwarten. Was wir nämlich bei den Miner Net Position Change Daten sehen, also fließen Bitcoins bei Minern rein oder raus, sehen wir, dass genau seit dem Zeitraum, wo die ETF-Zuflüsse wieder anziehen, auch die Abflüsse bei den Minern wieder zunehmen. Wir sind in den letzten drei Tagen auf einem Level angekommen bei über 3.000 Bitcoins pro Tag, die bei den Minern abfließen. Was wir eben sehen ist, dass bei den Bitcoin-Spot-ETF-Zuflüssen extrem viel Volumen da ist, der Bitcoin-Preis auf dem offenen Markt sich aber nicht bewegt und bei den Minern die Abflüsse jetzt eben zum genau gleichen Zeitpunkt ebenfalls zugenommen haben. Und jetzt kommen wir zum entscheidendsten Punkt, weil das hilft uns ja jetzt noch nicht viel für eine Zukunftsprognose. Aber ich erkläre euch jetzt etwas und das wird euch richtig Bulle stimmen. Diese Bitcoin-Miner, die können nur 3.500 Bitcoin am Tag verkaufen, weil sie noch Reserven haben. Denn ihr wisst, das Bitcoin-Netzwerk schüttet aktuell pro Tag nur 450 Bitcoins aus. Seit dem Bitcoin-Halfing diesen Jahres. Vorher waren es 900, jetzt sind es nur noch 450. Alleine BlackRock hat gestern einen Zufluss gesehen von ca. 5.000 Bitcoins. Also wir haben bei BlackRock eine mehr als 10-fache Nachfrage, wie das tägliche Supply überhaupt ist vom Bitcoin-Netzwerk. Jetzt müsst ihr euch folgende Gedankenstellung machen. Aktuell haben die Miner noch Bitcoins auf Reserven. Offensichtlich, denn ansonsten könnten sie nicht 3.000 oder sogar mehr als 3.000 Bitcoins pro Tag abgeben. Aber irgendwann einmal werden diese Reserven von den Bitcoin-Minern aufgebraucht sein. Da wird es keine Reserven mehr geben. So funktioniert es. Die Nachfrage ist aktuell noch nicht viel höher als das Angebot und darum steigt der Preis nicht extrem stark. Die Nachfrage scheint aber weiterhin zuzunehmen. Das Angebot nimmt aber definitiv ab. Nicht nur das frische Angebot alle 4 Jahre, was durch das Halving halbiert wird, sondern auch die Bitcoins, die bei den Minern noch am Start sind. Auch auf den Exchanges wird das Angebot immer weniger. Warum ist das so? Weil eben die Nachfrage steigt. Weil immer mehr Menschen da draußen Bitcoin verstehen. Weil immer mehr Investmentfonds bei Bitcoin dabei sein wollen. Pensionskassen, Länder und so weiter. Einzelne Firmen, die jetzt Micro-Strategy nachziehen, immer mehr wollen Bitcoin haben und viele tun das eben auch über die Bitcoin-Spotty-TFs. Also ja, aktuell ist diese massive Nachfrage bei den ETFs, sogar noch over-the-counter deckbar. Irgendwann einmal werden diese Bitcoin over-the-counter nicht mehr zur Verfügung stehen. Dann bleibt uns nur noch der offene Markt mit noch circa 2,5 Millionen Bitcoin, wo aber der Preis bereits beeinflusst wird und irgendwann einmal, ja, da wird es nur noch sehr wenige Bitcoin auf dem offenen Markt geben. Und wo da der Bitcoin-Preis stehen wird, das darf sich jeder selbst ausmalen. Was ich euch hier an der Stelle auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, bereitet euch vor. Aktuell haben wir immer noch ein Angebot, was die Nachfrage mehr oder weniger deckt, aber bald wird das nicht mehr der Fall sein. Bald wird die Nachfrage massiv viel höher sein als das Angebot. Und das, was dann passiert, ist, der Preis wird massiv anziehen. Also frage ich euch an der Stelle, seid ihr wirklich gut aufgestellt? Falls das noch nicht der Fall sein sollte, kann ich euch auf jeden Fall die Relay-App hier aus der Schweiz empfehlen. Mit dem Gutscheincode SUNYDECREE könnt ihr 0,5% Gebühren sparen. In dem Sinne, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video. Viel Glück da draußen!